Ja, Ahmed, wie viele Teile hat das Buch Sex mit einem Ägypter das Schlimmste, was passieren kann? Und ist das Buch Sex mit einem Ägypter das Schönste, was du verpassen könntest? Ist das ein neuer Teil? Was ist genau die Geschichte? Die Geschichte, ich habe zwei Bücher. Und jedes Buch oder das erste Buch hat mit dem zweiten Buch nichts zu tun. Das erste Buch heißt Sex mit einem Ägypter das Schlimmste, was passieren kann. Das zweite Buch heißt Sex mit einem Ägypter das Schönste, was du verpassen könntest. Dann sind zwei Bücher. Jedes Buch hat mehrere Teile. Das erste Buch das Schlimmste, was passieren kann, hat bis zehn Teile.